Ich grüße euch meine lieben Zuschauer. 10.000 Abonnenten, eine Zahl, die ich mir eigentlich nie erwartet hätte. Und ganz ehrlich, es ist auch ziemlich unerwartet gekommen. Ich wusste nicht, dass das letzte Video, Thema Schaltnetzteile, der Alliance Primärseite, dass das auf so eine positive Resonanz stoßen wird und dass alleine hier über 200 neue Abonnenten dazukommen werden. Mit dem hätte ich nicht gerechnet und deswegen ist das auch so unerwartet schnell gegangen. Ich wusste wohl, in etwa zwei Wochen wird es soweit sein und ich wollte mir da auch Gedanken machen, was machen wir denn jetzt? Zum Beispiel ein Livestream oder ein kleines Video, ein Gewinnspiel oder so. Ich habe da überlegt, aber im Endeffekt, jetzt ist es so schnell gegangen und jetzt habe ich gesagt, naja, okay, ein Video, wo ich einfach mal ein Dankeschön raushaue, wird auch reichen und das muss auch wirklich sein. Ich freue mich riesig, dass hier so viele Menschen auf meinem Kanal gefunden haben. Und diese Zahl 10.000, das bedeutet auch 10.000 Mal oder ist 10.000 Mal eine Bestätigung für mich, dass die Richtung stimmt. Ihr wisst ja, mein Ziel war es immer, mich so zwischen den Anfängern und den Experten zu positionieren, denn gerade als Anfänger versteht man oft gar nicht, was die Experten da so meinen, wenn die mit die Formeln kommen und mit den Fachbegriffen und so. Und das Thema Anfänger ist aber für mich auch nicht so interessant. Ich möchte nicht erklären, wie funktioniert ein Kondensator, was macht ein Transistor oder Widerstand oder so, denn da gibt es einfach schon so viele Kanäle auf YouTube, die hier wirklich hervorragende Arbeit leisten und die das euch wirklich hier gut erklären können, da muss ich nicht auch noch mitmischen. Deswegen habe ich gesagt, ich bleibe einfach mit meinen Bastelprojekten da so in der Mitte und erkläre euch ein bisschen was, zeige euch die eine oder andere Reparatur oder wir reden über Lora Wann, das ist sicher ein Thema, da bin ich weit vorne und ja, das soll es eigentlich so bleiben und so soll es auch in Zukunft weitergehen. Und ich möchte mich hier an der Stelle wirklich mal bei den ganzen vielen Supportern bedanken und dazu gehören ja nicht nur die Zuschauer und Abonnenten, sondern auch diejenigen, die mich gerne mal mit einer Sachspende unterstützen, mit der Amazon Wunschliste zum Beispiel. Da gibt es dann auch so ein Feld bei Amazon, wo man dann was eintragen kann. Ganz wichtig, schreibt da gerne irgendwas hinein und viele hinterlassen da auch eine E-Mail-Adresse und selbstverständlich kommt dann da ein Dankeschön von mir zurück. Nur seid ihr vorsichtig, ich glaube, wenn man die E-Mail-Adresse so direkt reinschreibt, das lässt Amazon nicht zu, da muss man dann ein bisschen tricksen. Die meisten wissen aber eh, wie das geht. So auch der Gerhard zum Beispiel, das sieht dann so aus, kommt da so ein kleiner Zettel von Amazon und da steht dann euer Gruß oder je nachdem, was ihr halt reinschreibt, drauf und ja, das kann ich dann lesen, da freue ich mich immer sehr drüber, wenn da was kommt und vielen Dank einfach an der Stelle. Es gibt auch viele, die gerne mal eine kleine Spende da lassen und für eine Tasse Kaffee oder für ein Stück Kuchen oder so, da freue ich mich natürlich auch riesig. Darüber hinaus gibt es aber noch viele andere Supporter. Das sind zum Beispiel diejenigen, die mich gerne mal korrigieren, passiert gelegentlich und keine Frage, ich sehe das nicht als negative Kritik oder so, sondern ganz im Gegenteil als etwas Positives. Da nehmen Leute sich Zeit und zeigen mir auf, pass auf Alex, da stimmt was nicht so ganz. Und natürlich wird das zumindest am Blog von mir umgehend korrigiert, keine Frage. Irgend so ein Fehler im Schaltplan, das passiert so schnell, ich bin meistens vertieft in das Projekt und so auch beim letzten Video zum Beispiel hat irgendjemand gesagt, der Optokoppler ist da aber nicht ganz richtig eingezeichnet und das wird natürlich von mir korrigiert, keine Frage. Das passiert einfach ein bisschen in der Hektik und in der Aufregung, die dann doch immer dabei ist und da übersieht man das dann mal gerne. Aber es gibt auch hier zum Beispiel einige Fachleute, die sich bei mir gemeldet haben, die Entwicklungsingenieure sind oder so, die sich hier schon jahrzehntelang mit einem Thema befassen. Die haben immer gesagt, Alex, wenn du irgendwelche Fragen in dem Bereich hast, zögere nicht, kontaktiere uns. Wir können dir da vielleicht irgendwie helfen, wir haben da vielleicht Erfahrung und so und auch da kann ich hier wirklich auf einen großen Pool an Leuten zurückgreifen, die in irgendeinem Fachbereich Ahnung haben. Es gibt aber auch viele, die sich hier mit so Fragen bei mir melden und wo wir dann per E-Mail meistens kommunizieren und versuchen, uns auszureden, zu helfen und so und die sagen dann auch, pass auf, ich bin irgendwo in der Metallverarbeitung oder so, wenn du mal irgendwas brauchst zum Thema Fräsen, Drehen, Gewinde oder so, keine Frage, wir können dir alles machen oder mit irgendeinem 3D-Druckcovers anfertigen oder so. Auch da gibt es sehr viele Leute, die mir immer welche Dienstleistungen anbieten und wenn da was notwendig ist, keine Frage, dann gehe ich oder komme ich auf dieses Angebot auch zurück. Und es gibt dann natürlich auch zum Beispiel die eine oder andere Firma, mit der ich eine Kooperation habe, die mir hier immer gewisse Sachen ermöglichen und auch da an der Stelle mal ein kleines Dankeschön noch von mir. Und wie soll es weitergehen? Gleich wie bisher, ich möchte mit meinen Pastelprojekten weitergehen. Und auch hier einiges zeigen, es wird wieder die Sommerpause kommen. Das Thema Schaltnetzteile Teil 2, das werde ich jetzt kommenden Sonntag nicht schaffen, aber eine Woche später soll es dann soweit sein. Ich möchte da wirklich auch auf eure Fragen, es sind sehr viele Fragen gekommen, auf die möchte ich eingehen, da bin ich jetzt an der Vorbereitung. Genauso auch über den Übertrager, da habe ich jetzt hier mal einen Übertrager aus einem anderen Gerät hier ausgelötet. Eigentlich ist das von einem Aufwärtswandler und nicht von einem Abwärtswandler, aber es geht da einfach um das Prinzip des Übertragers und ich denke, das kann ich dann auch mit dem zeigen. Da bin ich aber noch am Experimentieren, dass wir auch dieses Thema hier wirklich durchgehen und behandeln können. Und dann folgt natürlich die Sekundärseite. Auch einige haben schon gefragt, was ist denn mit dem Mittelwellensender? Ist das Projekt eingeschlafen? Nein, das Projekt ist nicht vom Tisch, da bin ich gerade noch am Herumexperimentieren beim Thema Oberwellen und so, Bandbreitenfilter. Und ich habe auch da ein paar Änderungen durchgeführt. Ich habe zum Beispiel die Oszillatorfrequenz durch die Kondensatoren etwas verändert und bin da höher gegangen auf etwa 2 MHz oder knapp unter 2 MHz, denn da ist das 160 Meter Amateurfunkband. Da habe ich dann nicht so derartige Probleme und bin da auch von mir aus gesehen legal unterwegs, wenn ich hier was herumexperimentiere. Deswegen habe ich das da jetzt ein bisschen verschoben von der Frequenz und da werde ich jetzt als nächstes dann hier mit diesem Oberwellenfilter und mit der Endstufe ein bisschen herumexperimentieren. Und wenn ich da dann wirklich konkrete Ergebnisse habe, die man auch herzeigen kann, dann kommt hier das nächste Video. Ich denke, das wird dann auf das Thema Schaltnetzteile folgen. Das ist hier so geplant. Ansonsten geht es so weiter. Es kommt dann die Sommerpause, die wird auch heuer ziemlich lange sein. Das ist halt so. Und ja, ihr wisst ja, ich mache ja außerhalb von YouTube noch viele, viele andere Sachen und da ist halt immer zeitlich oder es bleibt halt immer nur ziemlich wenig Luft für diese YouTube-Projekte. Aber ich versuche hier das eine oder andere schon zu machen. Okay, mehr gibt es zu dem Thema eigentlich nicht zu sagen. Wirklich nochmal 10.000 Mal Danke zurück an euch. Ich freue mich hier wirklich auf so einen Pool von tollen Leuten zurückgreifen zu können. und auch, dass mich hier wirklich so viele Leute unterstützen. Zum Anlass, hier gibt es ein kleines Fläschchen Sekt für heute und eine Sachertorte. Keine Frage, das muss sein. Man muss hier schon anstoßen. Und ich denke, wir sehen uns dann hier beim nächsten Video wieder. Normalerweise ist ja das hier ein absolutes No-Go, ihr Essen und Trinken. Aber heute machen wir mal eine Ausnahme. Also Freunde, ich freue mich auf 10.000 Abonnenten. Auf euch. Bis zum nächsten Video. Euer Alex. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.